Yo-Kai Watch So, nicht so schnell hier. Das ist alles A-Rang, das wollen wir ja nicht fangen. Wir können hier eigentlich schon mal die Straße überqueren. Das ist ja zum Glück nur ein Zebrastreifen gewesen. So, hier ist wieder eine Ampel. Ja nun, danke schön. Wie, ich habe kein positives Geräusch gekriegt? Manu. So, hier ist die Vorschule, da wollen wir auch gar nicht hin. So, jetzt aber Flotti hier hoch. Da ist auch wieder eine Truhe. Irgendwann mal schauen. So, hier hoch. Den hatten wir ja schon, äh, dem haben wir ja schon seine Bitte erfüllt, dem Typen da. Oh, es ist nachts. Okay. Das soll ja tatsächlich auch vorkommen. Oh, hier steht auch ein Portalex. Oh, hi. So, jetzt kann man die überall ansprechen. Das ist, äh, das ist tatsächlich ganz nett. Ne, wir müssen uns gerade gar nicht teleportieren. So, I, I, LP und Seelenanzeigen. Ähm, Ding ist, wir können mal speichern zwischendurch. Dankeschön. So, das wäre es dann auch an dieser Stelle. War hier irgendwas? Äh, wo ist denn diese Aus... Hier. Oh! Oh! Komma sahen gefunden. Oh! Ach du meine Spiralen! Ach du meine Spiralen! Erstaunlich, was für ein prächtiger Löwenhund. Zu Hause haben wir auch so einen Löwenhund beim Schreien. Hier kann... Der hier kann ohne Probleme mithalten. Ah ja, stimmt. Hier, für dich. Kandierter Apfel erhalten. Das Ganze herumgewandert hat mich ganz schön hungrig gemacht. Am besten wäre ja was richtig Leckeres. Mal sehen, wo es viele Geschäfte gibt. Bis zum nächsten Mal. Haben wir jetzt so eine Komasan-Rallye gestartet, wo wir immer Komasan suchen können? Ich meine, es ist jetzt bestimmt in der Ladenpassage. Da wollte ich auch noch hin. Ähm, dazu muss es aber erstmal wieder Tag werden. So, hier wollte ich hin. Äh, Münze verwenden. Ja, bitte. Ich habe... Nein, doch. Ja, bitteschön. Die hier hätten wir nämlich einmal. Ring der Illusion erhalten. Okay, cool. Ähm, ja. Möchte gerne noch eine Münze verwenden. Das ist doch wieder nur sowas Lames. Oh nein, es ist Prasser. Okay, das ist nett. Du hast mich rausgeholt. Das muss mit einer Thopping-Tour gefeiert werden. Okay. Prasser. Prasser. Äh, nee. Brauchen wir nicht umbenennen. So, die Töckern weg. Gut, mehr Münzen haben wir nicht. Dann möchte ich jetzt tatsächlich, ähm, nochmal Richtung Ladenpassage. Ich überlege gerade, ob wir da mit Portalex vielleicht irgendwie schneller hinkommen. Äh, ja. Wanderers Rast ist es nicht. Immer da Markt in Blütenbühl ist es auch nicht. Lenzhausener Bahnhof. Nee, ich wollte ja dahin, wo die Ladenpassage ist. Omas Haus. Nee. Ähm. Ich glaube trotzdem, dass wir davon da aus schneller sind. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Danke. Dankeschön. So. Jetzt muss ich mal gucken. Da sind die ganzen Restaurants, ne. Dann müssen wir da vielleicht mal. Äh. Ich glaube, wir sind, wir sind hier sogar doch richtig, ne. Polizeistation, Bahnhof. Da sind jedenfalls Restaurants. Gibt es hier irgendwo einen... Überweg? Hey, Ruhe. Mach doch auf. Mini Klugel. Ja, immerhin. Äh. Hier geht's rüber, aber... Hier geht's irgendwie nicht wirklich rüber, ne. Hier geht's rüber. Ist Komasan jetzt irgendwo hier? Komasan? Nein? Im... Im Krämerviertel war die, äh... War die Ladenpassage, ne. Dann gehen wir da nämlich einfach mal rüber. Da gibt's nämlich... Ich meine, die Quest wäre das gewesen. Und, äh... Da... Könnte ich dann sogar... Jo, da vorne ist die Ladenpassage. Da könnte ich dann nämlich ein Yo-Kai bekommen. Was ich gerne haben möchte. Ja. So. Geht's hier dann jetzt auch irgendwo rüber? Tatsächlich auch per Ampel. So. Ist das hier? Schade, da stand. Die wäre bei der Ladenpassage. Manu. Wo ist das denn? Wahrscheinlich... Wahrscheinlich da. Moment. Mh... War das hier? Äh... Ne, scheinbar nicht. Aber was verkaufst du denn? Äh... Äh... Oh, oh. Leckeres Zeugs. Sehr schön. Ne, dann war das nicht hier. Ich suche eine bestimmte Person, Manu. Da ist noch ein Portalex. Äh... 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 Sonst muss ich das nochmal, äh... Sonst muss ich das nochmal googeln, wo die Person ist, die ich gerade suche. Hier ist garantiert wieder nur ein Spansel irgendwo drauf. Der verkauft wieder seine süßen Mochis. Ähm... Huch. Das müsste eine Person dann ja... Wenn die Aufgaben für mich haben, dann haben die ja auch auf der Karte schon so eine blaue Flagge auf dem Kopf, ne? Oh, hier geht's. Äh... Ach nee, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal aufgedeckt, ne? Huch! Wo ist denn? Da! Da! Da rinnt noch einer! Da war eine Kiste. Die ist mir jetzt gerade wichtiger. Lachslaichrolle. Okay. Ist der da unten noch? Der ist doch bestimmt hier irgendwo lang gerannt, oder? Da! Ich will doch nur diesen doofen Joker hier kriegen. So. Ist er jetzt wieder weg? Och, Mann. Naja, es soll mir ja eigentlich egal sein. Was wollten wir eigentlich überhaupt tun? Ähm... Quests. Hier. Den. Schirm... Ne, Schirmschirm wollten wir gar nicht. Wir wollten den Jappakapa damit anfangen, ne? So, im Nordwesten. Okay, dann erklärt das einiges. Äh, weil ich ja letztes Mal gesagt habe, ich hätte Nordosten gesehen. Aber wenn er Nordwesten stand, dann passt das. Weil ich hatte da irgendwie... Ach, da unten ist der wieder. Naja, dann soll der da jetzt sein. Das ist mir egal. Huch. Was verkaufst du denn? Willst du... Oh. Boden. Ach so, was hier ist das? Okay. Ich kaufe da einfach mal eins von. In der Hoffnung, dass Wurspa recht hatte und wir unser Geld verpassen können. So. Ähm... Ja, wir teleportieren uns mit Portalex. Und zwar... Äh... Da könnten wir eigentlich mal hin, ne? Das müsste ja ungefähr passen. Wenn ich mich nicht komplett... Täusche. Stimmt, hier hat es geregnet. Äh... Schimschelm! Oh, seid ihr hier, um mit mir zu spielen? Moment, ich bin gleich da. Hi. Eigentlich sind wir hier, um etwas zu besprechen. Könntest du Karl... Karl, den Namen habe ich ja ewig nicht mehr gehört. Geht's ihm gut? Nun ja, um ehrlich zu sein... Und aus diesem Grund sind wir jetzt hier. Also schließen Sie sich uns an. Du meine Güte, ich meine, ich würde ja schon gerne helfen, aber ich... W-w-w-w-w-w-w... Ja, was ist alles okay? Der Fluch hat nachgelassen und ich kann mich bei Regen bewegen, aber... Und wenn der Regen aufhört? Tut mir leid. Schimschelm! Er leidet also immer noch unter dem Fluch. Wie schrecklich. Ich wette, es ist noch irgendwo... Er ist noch irgendwo in der Nähe. Sehen wir nach und helfen ihm. Jetzt will ich doch erst Schimschelm suchen. Ich mag Schimschelm. Finden wir Schimschelm und befreien ihn für allem... Ein für allemal. Okay. Achso, der ist... Der ist dann wahrscheinlich wieder oben. Okay. Damit können wir ja durchaus... Äh... Damit können wir ja durchaus... Äh... Nee, hier wollte ich gar nicht. So wollte ich. Äh... Da irgendwo? Okay. Dann kletter ich mal hier hoch. Ach! Nee, Moment. Äh... Doch, ich muss da rüber wahrscheinlich. Dann über die Brücke, ne? So, hier wollen wir jetzt hoch, damit wir da gleich rüberhüppen können. Dass das auch nicht irgendwie schneller geht mit dem Klettern, ne? Naja... Oh, hier ist was. Hier? Wen oder was haben wir denn hier? Ja, da. Ich kann das mit diesem Tracken nicht. Freundspalter. Vielleicht mag er ja eine Kona. Ich weiß es nicht. Haben wir die eben gekauft? Ich glaube, wir haben die gar nicht gekauft, ne? Vielleicht freundet er sich ja auch so mit uns an. Item. Doch, wir haben eine Kona. Dann benutzen wir diese doch einfach mal. Oh, das ist gut. So, und was hilft jetzt das Stupsen? Oh, mochte der uns jetzt? Kann ich den da stupsen? Ich kenne mich damit nicht aus. Okay, ich glaube, ich kann die einfach nicht stupsen. Oh, ich würde jetzt eigentlich ganz gerne mal Jibanya ans Dingens sehen. Aber ich glaube, dazu ist zu sp... Ja, das war jetzt nicht so schön. Ich behaupte mal, dazu ist bestimmt zu spät, ne? Der sieht nicht schlecht aus. Der macht auch halbwegs Schaden. Vielleicht haben wir ja Glück. Nein, haben wir nicht. Will doch nun... Nein! Doch. Ja. Ähm, so, da müssten wir glaube... Na, geh doch da rüber! Behaupte mal, wir müssen irgendwie nach hier unten oder so, weil Schirmschelm da bestimmt. Da ist ne Kiste. Silberpuppe erhalten! Da ist er doch. Nein! Da! Oh, aber lass das nur mir und beim Stein weg, Extrakt hier! Das sieht irgendwie schon mal besser aus als in der Vergangenheit. Ja! Der Fluch ist aufgehoben. Schirmschelm ist wieder der Alte. Erstaunlich! Gut, dass ich so viel von diesem Stein weg, Extrakt bestellt habe. Ihr habt mich befreit! Endlich kann ich mir wieder in Ruhe das Bein vertreten! Hier, nimm meine Medaille als Zeichen meiner Dankbarkeit! Schirmschelm! Schirmschelm! Schirmschelm umbenennen! Nein! Das ist schön, wir haben schon mal Schirmschelm bekommen. Das ist gut. Das freut mich. Und wir decken sogar ein Siegel im Joker-Medaillium damit auf. Das ist noch schöner. Jetzt kann ich euch und Karl auf jeden Fall helfen. Ruf mich einfach! Sehr gut. So, das gibt XP. Das gibt hoffentlich auch ein Buch über die Geheimnisse von Ulti-Selstufe. Ulti-Selstufe ist nicht schlecht. So, jetzt kommt noch eine Bonus-Szene. Wahrscheinlich wieder irgendeine mit Komasan, die wir schon... Nein, oh! 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 Okay! Bingo! Und wir erhalten eine Bronze-Puppe. Das ist ja schon mal das Jahr. Das ist ja schon mal das Jahr. Das ist ja schon mal das Jahr.